Hi everyone, ich freue mich wieder zu sehen zu meinem YouTube-Channel und Mamas, die backen Plättchen vor Weihnachten. So, welcome back to my channel. Und erst zeige ich euch die Ausstecher, die ich mir ausgesucht habe. Ein Wasser, wie sollte ich sagen, ein Seepferdchen. Seahorse. Eine Flower. Flower, yes. Und ein J. J. So wie Johanna. Ein R. Ja. M. Ein M. Und hier haben wir was von einem Adventskranz. Ein O. Ein A. Und ein T. Okay. Und den hat Mama mit mir gekauft. Und ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Ah, den habe ich von meinem Kindergarten bekommen. Was ist das? Das habe ich von meinem Kindergarten. Hier hin und hier hin. Okay. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Felschitz. Mama und ich, wir ziehen uns an Weihnachten gleich an. Wenn eure Kinder euch gleich wie euch anziehen, dann schreibt es in den Kommentaren rein. Und dann schreibt es in den Kommentaren. Und dann schreibt es in den Kommentaren. Und dann schreibt es in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020